Herzlich Willkommen, du wundervoller Mensch! Schön, dass du mich gefunden hast und dass dich das Thema Resilienz-Diät-Coaching interessiert. Mein Name ist Karin, ich bin 49 Jahre jung, habe ein Frauen-Fitnessstudio in Bielefeld-Quelle, bin Resilienz-Diät-Coach und psychologische Beraterin und Ernährungscoach. In der Vergangenheit wurde ich immer gefragt, Karin, was bedeutet Resilienz-Diät-Coach? Was beinhaltet das Programm? Was genau machst du da? Die ersten Fragen waren immer, Karin, muss ich meine Ernährung umstellen? Darf ich nur noch dreimal am Tag was zu mir nehmen? Zweimal am Tag? Ist das so eine Art Intervallfasten? Ist es so etwas wie eine 21-Tage-Stoffwechselkur? Oder darf ich nur noch Shakes trinken? Also alles kann ich nur mit Nein beantworten. Die gesamten Fragen, wenn es nur um Ernährung geht, Nein. Das Resilienz-Diät-Coaching ist kein Ernährungsprogramm. Du bekommst von mir keine Kochrezepte. Was du von mir bekommst oder was es beinhaltet ist, der Fokus besteht darin, dass wir gemeinsam deine seelische Widerstandsfähigkeit stärken, aber auch dein Körperbewusstsein verändern und dass du mehr im Einklang in Körper, Geist und Seele lebst. Und die Basis des Resilienz-Diät-Coaching ist das Auflösen deiner negativen Gefühle, deiner negativen Gedanken. Alle Auslöser auflösen. Die Belastungen, die du zum Beispiel hast, die immer dazu führen, dass dein Essverhalten sich verändert. Und ich möchte dich gerne einladen zu meiner Informationsveranstaltung am Dienstag um 12 Uhr oder am Mittwoch um 18.15 Uhr, wo ich dir alles erkläre. Wo ich dir nochmal erzähle, was Resilienz-Diät ist, wie das Programm aufgebaut ist, welche Möglichkeiten du hast, bei mir zu starten. Und das erkläre ich dir dann alles am Dienstag um 12 Uhr oder am Mittwoch um 18.15 Uhr. Wenn du daran teilnehmen möchtest, müsstest du mir bitte eine E-Mail schreiben unter info-bewegt-leben-at-web.de. Dann bekommst du die Zugangsdaten und dort werde ich dir alles erklären. Und bis dahin wünsche ich dir alles Gute, bleib gesund, deine Karin.